Mein Name ist Sebastian Thober, ich bin seit über zehn Jahren in der Landwirtschaft tätig, davon jetzt schon viele Jahre als Spezialberaterin für das Unternehmen Sano. Und wenn die Fruchtbarkeit deiner Kühe dir genauso wichtig ist wie uns, dann höre jetzt zu. Fruchtbarkeit ist ein heiß diskutiertes Thema auf den Betrieben. Wir als Fütterungsspezialisten in Zusammenarbeit mit den Landwirten und deren Tierärzten stehen immer wieder vor der Herausforderung, die Kühe so gut es geht auf die nächste Laktation vorzubereiten. Ein gutes Ketose-Management ist der Grundstein für eine erfolgreiche Trächtigkeit und somit ist ein ausreichend hoher Blutzuckerspiegel essentiell für einen Eisprung und somit für eine erfolgreiche Besamung. Nicht nur für gute Fruchtbarkeit, sondern auch für Langlebigkeit der Tiere ist ein gutes Ketose-Management sehr, sehr wichtig. Auch reichend eine bedarfsgerechte Versorgung mit Vitaminen-Spuren-Elementen steht bei uns im Vordergrund. Gerade für eine gute Synthese der Fruchtbarkeitshormone ist dies sehr wichtig, die Versorgung mit Vitamin E, Selen, Zink, aber auch Mangan, Vitamin A und Beta-Carotin zu gewährleisten. Wenn du jetzt wissen willst, wie du deine Ketose-Prophylaxe verbessern kannst oder wenn du wissen willst, wie du deine Vitamine- und Spurenelementversorgung optimieren kannst, unter dem Video ist ein Link. Melde dich einfach bei uns, vereinbare einen Termin mit deinem Fachberater aus deiner Region und schau, was wir gemeinsam erreichen können. Musique 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 Untertitelung des ZDF, 2020